Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, eine gruselige Folge von TTT. Moin Leute! Moin Leute! Ja Moin! So, ja wir spielen jetzt hier halt, ich muss erst mal gucken. Also ich dachte, das wäre die Resident Evil Map. Aber ich spiele jetzt an meinem Pille, Mann. Ah ja, Tobi, echt nice. Gut, da geht eine Folge noch zwei Minuten heute. Ich war in der letzten Runde übrigens nicht einmal Traitor. Erik, hast du gerade über deinen eigenen Witz genannt? Ja, ich lache immer bei meinem eigenen Witz, damit wenigstens einer lacht. Okay. Ich fühle mich sympathisch. Aber wieso, ich war echt nicht einmal Traitor letzte Runde, ne? Tu mir echt leid, Tobi, ne? Ich gönne es dir jetzt echt vom ganzen Herzen. Alles Maul, Kari. Oh Gott, ich will hier gar nicht alleine lang gehen, ey. Ich meine das eigentlich voll ernst, Tobi, ne? Ne, meinst du nicht? Ich weiß, du findest das jetzt witzig und so, aber ich meine das wirklich ernst, ne? Wir sind hier eingesperrt, wir können hier nicht mehr... Ja, ich mach die Tür zu, tschüss! Nein, mach die Tür wieder auf! Mach die Tür wieder auf! Ey! Herzlich willkommen bei DCP. Ne, SCP? Wie hieß das nochmal? CDU. Ich glaub, SCP. Ich glaub, SCP. SCP war's, alles klar. Ja. Ah! Der sieht schon eklig aus. Aber warum? Warum? Das ist so sinnlos. Curry? Okay, wer war's? Curry? Wie? Was denn? Wer hat Curry getötet von euch? Oh! Warte mal, lass mich mal kurz überlegen. Hallo? Hier ist grad irgendwen runtergefallen. Ja, 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 ja. Lass mich mal ganz kurz überlegen, mit wem war Curry gerade vorhin dahinten? Ich bin gaaaanz woanders. Ich glaub auch. Ich hab versucht den Fahrstuhl zu holen. Aber es hat nicht geklappt. Hä? Hä? Ich hab Curry getötet, stimmt. Oh, warte mal. Also Tobi, wenn du's nicht bist, dann muss es Pan sein. Das ist offensichtlich nicht Curry. Ne, ne, ich bin's nicht. Weil ich bin gerade 50 Stunden lang so ein Treppenhaus hochgelaufen. Und oben ist aber gar nichts außer am Dach. Töte mich ruhig. Nein, nein, ich hab versucht den Fahrstuhl zu holen. Tobi, du kannst Pan ruhigen Gewissens umbringen. Ah, guck mal, wie von... Ah, komm, Hase, ernsthaft, ey. So ein bisschen. Netter Versuch, Pan. Netter Versuch. Ach, mal wieder ein Psychospielchen. Ich möchte dir nur sagen, sobald ich dich sehe, wirst du sterben. Hm. Das heißt, ich darf dich doch noch... Äh, was war das? Was war das? Scheiß. Hast du Traitor Waffel gemacht und dich selber erschrocken? Nein, also erstmal Tobi, ich seh dich. Nein, hier kamen irgendwelche Kinderstimmen. Oh, bei mir ist hier dieser Geist. Ja, ich hab grad D-spawn sehen. Haha. Was? Ja, hier läuft doch dieser Geist von dem einen Typen rum manchmal. Den haben wir schon mal gesehen. Und haben wir den dann zu dritt, haben wir den abgefeiert. So, oh ja, oh Geist. Ich hab keine Ahnung, was man hier machen muss. Äh, es geht darum, einer ist der Bösewicht und er muss versuchen, die anderen auszuschalten. Mann, so meine ich das nicht. Komm, töd mich. Tobi, hörst du mal auf bitte die ganze Zeit auf mich zitieren? Nee, ich glaub, ich weiß nicht, ich glaub, du bist das Pan. Tobi, Tobi, 100%. Wenn du's nicht bist, ist es Pan. 100%. Entschuldigung. 100%. Gesundheit. 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 Ich tu mich schwer, ich tu mich schwer. Ach komm, Pan. Wie billig war das denn? Scheiße. Hab ich doch gesagt. Hab ich doch gesagt. Das war echt hart, Pan. Krass. Überhaupt solcher Curry gekillt, ey. Wow, was für ne Aussage, was für ne Aussage. Wow. Nice. Wolltest du jetzt gerade etwa einfach mich töten und danach auch noch den Erik töten? Ja genau. Ja, ich glaub ja. Das geht gar nicht. Was? Das geht gar nicht. Hä? Wie schlecht, Pan. Die Map ist echt cool. Ich find das ein bisschen unverschämt einfach. Wie könnt ihr nur alle so unkreativ sein, ey. Kann man nicht mal einfach darüber diskutieren vorher vielleicht, ob man die Leute tötet oder vielleicht einfach mal... Vor allem find ich es schlimm, dass man als Traitor einfach nach den Regeln spielt. Boah, Hilfe. Das war gefährlich. Ah. Ah, Turbinator. 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 Nihau. Turbinator. 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 Wie geht's denn hier hin eigentlich? Boah, krass. Was ist das denn hier? Wow. Ja, meine Folge ist auch cool, Curry. Ne, warte mal. Komm ich jetzt eigentlich wieder... Also. Ich hab ne Leiche gefunden. Ich bin schon wieder nicht... Oh, hier war glaub ich auch Kinderschrein grade. Huch. Ih, was ist das denn für ne eklige Leiche? Ih, ih. Ja, das ist ne Leiche. Ich glaub, das ist Pan. Eklig. Vorsicht. Ähm. Was denn, Erik? Pan ist ein krankes Schwein. Hä, wieso? Was denn? Der läuft ja grad mit so nem Verbrannten rum. Da. Und hängt den auf. Wie aber auch? Und ballert noch rein. Warum kann ich den nicht aufhängen? Das geht irgendwie nicht mehr, ne? Ey, warte, hab ich denn für ne Kack-Waffe hier? Doch. Oh, nice, Tobi, Alter. Hase, nein, Hase, nein, Hase, nein. Hä, was denn? Das könnte Manuel Neuer sein im Chapman-System-Final. Hä, was denn? Schieß mit der Waffe. Schieß mit der Waffe. Was? Was ne Parade, Junge. Duuuuuh. Duuuuuh. Shit. Duuuuuh. Ah, nein, 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 nein. Ah, shit, ich hab's nicht mehr gefunden. Ah, so ne Kacke. Ich wollte mal ne neue Waffe ausprobieren, aber diese Eirange-Waffe ist irgendwie nicht so meins. Ich wollte Pan grad mit der Eirange umbringen. Ach so, ihr habt euch grad gegeneinander abgeschossen, also? Ja, 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 ja. Und ich hatte leider nur ne Scho- äh, ne Dingens. Ah, das war nicht gut. Ja, wir haben uns das Ding durchgezogen hier. Und leider ist die Waffe Gold und das sieht man irgendwie voll. Ne, das, irgendwie, erst dann hab ich das nicht gesehen. Du hast nur nie die Waffe. Hä? Ich glaub, das ist nur du, Erik. Du hast nur sonst nie die Waffe, ja. Doch, hatte ich schon mal. Hallo, ich war auch im Gefängnis. Boah, Alter, hier hat einer Blutschiss gehabt. Ih. Das war ich. Hast du das gesehen? Ja, jetzt verdächtigst du mich nicht, oder was? Wo er jetzt noch Preparing ist? Was soll das? So, alles klar, ich bin Traitor. Also, ich find's ja voll nice, dass wir so zusammen TTT spielen, muss ich sagen. Er ist Traitor. Gericht Traitor. Achso, ja, ja, klar. Ich fand TTT schon immer scheiße. Ich bin Traitor. Vorsicht, Pan, ich bin Traitor. Nice, Tobi, dass du das so sagst, Alter. Ja, ich hab halt echt so'n... Ich hab auch mal mein Video jetzt so'n... Videos jetzt so'n Review hinterher. Aua! Geh weg! Geh da weg! Geil, Tobi, Alter. Mach viel raus! Das ist einfach wichtig, dass ich den Leuten auch sage, was ich von den Spielen halte. Ja, es ist einfach scheiße. Hä, was denn von... Welche Spiele denn? Worüber redet ihr gerade? TTT, das ist scheiße. Guck mal, da läuft wieder der eklige Mann. Hä? Wie komm ich denn hier wieder raus? Wo bin ich denn überhaupt? Probier auf, durch die Flüche zu laufen, Mann. Muss ich jetzt wieder nach unten laufen? Hier von den Treppen? Mach das doch scheiße. Hilfe! Pan, wie bist du denn wieder rausgekommen? Pan ist wahrscheinlich... Pan? Ja. Auch Erik. Wahrscheinlich. Hä? Alles klar. Ich kenne diese Reaktion aus den Kommentaren. Ich verstehe. Ja, sicherlich. Hä? Nein, aber ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ich war gerade mit Pan unterwegs, aber ich kam gerade nicht raus aus den Knastzellen. Tobi, bevor wir keine Leiche haben, dürfen wir gar nichts machen, Tobi, ne? Denk dran. Ich weiß, ich weiß. Ich twitter auch niemand random. Ich heiß ja nicht Curry. Entschuldigung. Das hast du richtig beobachtet? Warte mal Erik, kannst du vielleicht mal die Route preisgeben, wo du denn so lang gelaufen bist, als du die Pan noch... Ich war gerade die ganze Zeit... Huuch, was war das denn? Ich war gerade die ganze Zeit in den Knastzellen. Oh, hier ist sie, hier ist sie. Ich hab zu. Sehr gut. Oh, Tobi! Hä, was ist jetzt? Och nöööööö. Hm, was ist denn da passiert? Och nööööööö. Hä? Was ist denn jetzt mit Tobi? Weiß ich nicht. erik keiner wird mich finden ich sehe die ganzen blutflecken dahinter der wand ich weiß was du getan hast was hast du getan hast du glaubt es auch ich weiß die fahre hinter der bank lag und so ne ich hab sie meinen ruhiges räumchen platziert wenn du bescheid weiß ich könnte ja so als zeichen deiner deines guten willens so ein bisschen einfach die paren wiederbeleben oder den tobi und so weißt du das wäre richtig krass also tobi habe ich hinter direkt mund zu mund gemacht aber er ist nicht wieder aufgestanden ja das hilft da musst du erstmal drauf treten auf seinen bauch dann habe ich noch dann habe ich noch esstuben aufgemacht ist trotzdem nicht aufgestanden was das klappt eigentlich immer und jetzt erik wollen wir jetzt weiß ich nicht geil also wie geht es weiter weiß ich nicht ich höre mal hörst du das warte mal warte 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 jetzt warte jetzt hast du gehört ich habe ein lachen gehört ne hier hörst du erik ich habe gerade nur lachen gehört und ganz weit hinten weg komisch wieso beobachtest du mich versuchst du mich zu beobachten ich beobachte ich beobachte dich nicht ich bin eigentlich also ich versuche mich einfach in sicherheit zu begeben weißt du das ding ist natürlich ich weiß überhaupt nicht dieses lachen höre ich übrigens auch die ganze zeit das voll ekelhaft ja wird auch nicht mehr auf ja doch das hört auf geht immer ist immer da und dann ist wieder weg eine kurze zeit ich wollte gerade was machen von uns im munker wie hast du wie wenn wo bist du lang gelaufen er war noch ein anderer eingang zu den ventilator event ventilate system ich wollte gerade dem erik irgendwie was verleihen in dem menü irgendwie und den curry auch hä was verleihen was soll denn das jetzt paren wird die eventuell verzerrung machen oder warte im preis schnell curry wir müssen hier runterspringen wir müssen hier schnell runterspringen zum beispiel dass der erik auf einmal fliegt und der curry in den gott vorsicht vorsicht oh Tobi ja entschuldigung hä Tobi ja aber das war nicht woanders ich habe keinen bock die treppe jetzt runter zu laufen ach der Tobi hat es selbst noch gemacht einmal hintereinander traiter sein kannst du das mal erklären ach so ist das natürlich das wollte ich auch nicht hin das wollte ich auch nicht hin schon wieder innocent ne ich wollte es auch nicht hin ich wollte es nur sagen ich bin auch innocent ich hab schon wieder keine scheiß machen ich war mir sicher ich hätte eine schöne falle gestellt aber erik hat mich auch traiter sein Tobi Tobi vorsicht vorsicht mit deinen behauptungen mit deinen haltlosen behauptungen die du hier in den Raum schimmst Tobi vorsicht mit deinen haltlosen behauptungen ja ja ich geh auch baden will the circle be unbroken alter komm jetzt ins wasser was geht denn mit dir was geht denn mit dir das ist die Sache ey schöne anspielung schöne anspielung so hä ist aber Curry heute gekifft alter was denn wieso was ist denn los ich worte sea wieso ich sei wenn neulose Plan ich seh deinen Kopf ich dein auf und dann zähle keine sorge mir beim Waffen sammeln ahja was du nicht schießen nicht schließen Menschen coordination Nicht schießen, ich wechsle Skin. So, Freiheit! Nicht schießen, nicht schießen, Tobi, nicht schießen, Tobi, nicht schießen. Freiheit! Das sieht aus wie ein Toaster. Hä? Sieht aus wie ein Toaster. Ach, ein Toaster, ich hab ein Poster verstanden. Stimmt, sieht wirklich aus wie ein Toaster. Einmal kurz mit einem Poster. Ach nee, was will Curry denn jetzt hier? Ah, Curry! Curry, hau ab! Vorsicht, Vorsicht! Curry geräuchtig, Curry geräuchtig. Curry, was machst du denn da? Warum ist das kaputt? Hier sind auch besser Vorsicht. Das sind Neuwagen. Ihr könnt aber einen kaufen, wenn ihr wollt. Das sind absolute Neuwagen. Das sind richtige Schläppchen. Aus zweiter Hand. Ist ein Ladershop. Ist ein Ladershop, wa? Sind einmal in Russland gefahren. Ja, ja, buff. Nee, nee, ich schieß mal mit der Waffe, bitte. Okay, 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 okay. Hey, 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 muchachos! Reicht das? Boah, jetzt so Tacos, Alter, das wär voll geil, ne? Boah, ich hätt' jetzt richtig Bock auf so'n Sandwich mit Salami und Käse. Boah, Tobi, ey! Du weißt, was so gut ist! Komm mit Kresse! Hä? Wo kam denn die Kresse jetzt her? Hey, Tobi, guck mal! Tobi, Tobi, Tobi! Hey, hey! Mit einem Vic Hüstenbonbon! Was ist der doof? Ey, wo bist du? Curry ist einfach weg! Heftig! Ja! Hätt! Ist da mal Blut? Ist der jetzt echter unter? Bist du echter unter? Der ist tot! Hä, ernsthaft? Nein! Curry ist tot! Uibuuu! Vorsicht! Äh! Curry ist tot! Uibuuu! Erik, wie ist es so im Traitor-Shop? Ich hab grad ne Granate geworfen und hab gewartet, bis sie hochgeht. Mhm, und dabei hast du dann deine Waffe. Äh, Tobi, du hast keine... Hä? Ihr habt keine Waffen mehr bei mir! Ich hab ne Waffe, hier! Hä? Ich hab keine Waffe! Hä? Oh, der Curry war grad kurz in Tee-Pose! Ja, bei mir auch! In Tee-Pose? Ja! Hä? Bin ich doch immer noch? Ich hab keine Waffe! Ja, jetzt eben schon wieder grad, ganz kurz! Ja, geh einfach auf Holsterritt im Mausrad! Nee, nee, Holsterritt! Ja, Holsterritt! Warum sollten wir das denn tun, wenn wir keine Traitor sind, Curry? Pan! Hey, wieso sollte man das denn als Traitor machen? Pan! Was hat Pan gemacht? Pan hat da rüber geschossen zu mir gerade, die wollten mich glaub ich mit irgendwas treffen. Nice, Pan! Toll, Pan! 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 Zu dem Schuss hast du aber nichts gesagt, ne? Da ist wieder nicht aufgefallen, Pan. Pan, warum hast du geschossen? Alles klar! Ja jetzt ruhig sein! Hä? Ich hab grad noch einen Schuss gehört! Pan? Ich glaub das war die Wh screezen Gran, war? Curry ist tot, ha? Curry? Curry ist tot. Er liegt hier, ich bestätige. Alles klar, Pan. Pan dürfte wahrscheinlich hier in diesem Ding sein. Ja. Wo denn? Wo denn, Tobi? Tobi? Oh. Pan? Ja, Hase. Bist du es? Bist du es wirklich? Ich bin es. Warum tust du so etwas? Ich weiß nicht. Ich hatte einen guten Run. Okay. Die Situation gefällt mir nicht sehr. Ich glaube auch, es ist für mich vorbei. Ich glaube, es ist vorbei. Für uns alle. Für mich? Für dich? Für alle? Ja. Jetzt Sonderpreise bei Obi. Alles im Obi. Aber nicht mehr bei Tobi. Ich habe mich aber noch getroffen. Ich habe keine Ahnung. Selten. Die hat doch geübt. So. Das ist so selten. Die ist mir zu gut drauf heute. Da brummst du wieder häusliche Unterdrückung her. Ja, ich bin voller Wut. Einfach mal ein bisschen öfter töten heute, glaube ich. Sonst wird es echt zu viel. Puh. Junge, Junge, Junge. Was ist hier los, nicht? Ich weiß auch nicht, Hilde. Ich weiß auch nicht. Dann machen wir es wieder. Ich war zuvor. Alter, darf ich auch mal ein Traitor sein, bitte? Ja, ich bin auch schon wieder nicht Traitor, Mann. Okay, pass auf. Ich bin Traitor. Ich will es aber gerade nicht sein. Och, Mann. Weil ich echt dauer ein Traitor bin. Ich bin dauer ein Traitor. Er schießt mich. Ich bin im mittleren Raum. Er schießt mich mal wieder. Mach doch die ganzen Runden wieder kaputt, ey. Ah. Was ist denn das hier? Es wäre voll lustig, wenn er es nicht wäre. Es wäre richtig gut. Ja, wer macht es denn jetzt? Wer macht es jetzt? Ich nicht. Ich kann ihn nicht töten. Auch nicht. Kann der Traitor mal bitte den... Ich wollte gerade Identität klauen. Ich wollte es mal ausprobieren. Aber Jering, du hättest auch ruhig spielen können. Warum? Nee, ich bin dauer ein Traitor. Und ich finde es ein bisschen unfair. Ich bin gern ein Traitor, aber... Aber ich möchte auch mal, dass der Sohn Tobi, dass der mal wieder Traitor ist, weil der ist echt Arschloch. Du bist ein richtiger Irrenmann. Ja, geil, Alter. Ich war letzte Runde nicht. Ich war diese Runde noch nicht. Was ist da los? Genau, genau. Deswegen... Jetzt kommt dein Moment. Ich opfer mich für das Team einfach. Irrenrat. Oh nein. Fürs Team, Tobi. Fürs Team. Ich hab ne Schock, jetzt kann ich Traitor sein, bitte. Wow, wow. Wo geht's hin? Warum geht das hier nicht auf? Das ist so eine mysteriöse Tür. Curry, mach dir bitte eins. Ey, Tobi, wir sind Traitor, wir sind Traitor, wir sind Traitor. Curry, komm mal her, bitte. Bleib mal stehen, Curry, bleib mal stehen. Ich muss dir was sagen, Curry. Ich muss dir dringend was sagen. What? Curry, es ist einfach wichtig, dass du es weißt. Ihhh, so scheiß Geist, Mann. Kranplätze müssen verdichtet sein, Curry. Oh ja, das stimmt. Was? Tobi, komm, komm Tobi. Tobi, komm, bitte tu's, komm. Nee, ich bin nicht Traitor, leider. Ich wärs gerne, aber ich bin's wieder nicht. Tobi, komm. Geh mal weg mit dem Ding, ich lass da... Tobi, Tobi, komm. Hier hat jemand einen Traitorfall ausgewischt, ich hab's nicht gehört. Ja gut, das war ich ja wohl nicht, das war wahrscheinlich die Pan. Hä, ich bin hier. Schieß mal auf das Fass, komm. Trottel Kadium. Was machst du da, Pan? Hm? Ich totter das Fass schießen, da. Warte. Oh, oh, oh. Oh, ich wusste nicht, dass du es explodieren. Oh, oh, oh. Hey, das ist doch rot, Mann. Hä, die sind immer exklusiv. Hä, wie kann man das denn nicht wissen? Ich hörst du mir aus zu sehen, Mann. Oh, oh, oh. Ist jemand tot? Ist jemand tot? Moin, 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 moin. Schauen wir mal, wer ist es denn? Ich hab noch keine Waffe, ich hab noch keine Waffe, ich hab noch keine Waffe. Wer ist es denn? Oh, geil, das ist ja lieb. Ey, du hast schon wieder eine gehabt. Ach, Mann, ey. Ich check's immer nicht. Ja, nice, ciao. Danke dir. Ich glaub, Erik ist schon wieder Traitor. Ja, alles klar. Nein, ich glaub, die Pan... Ne, ich würd's aber sagen. Ich würd's aber wieder sagen, weil es um mich nicht auf den Sack geht. Ich bin der Traitor. Hallo. Danke, der Traitor. Ey, Pan, bist du Traitor? Wie ist der Traitor? Wie ist der Traitor? Wie ist der Traitor? Was heißt der Traitor? Pan, bist du Traitor? Guck mal, meine Beine, Pan. Ah! Ah! Lass mich raus! Huch! Hier war ich... Doch, hier war ich schon mal. Ich werde ihn opfern. Oh, sche... Hä? Wie hab ich das gemacht? Wie hab ich das gemacht? Pan muss Traitor sein, das kann nur der Traitor. Ich lass ihm fallen. Ich lass ihm fallen. Nein, 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 hol ihn wieder raus. Wir machen jetzt ein Quiz. Nein! Nein, lass ihn nicht fallen. Nein! Ja, geil, Alter. Nein! Hä? Was? Was? Wie kann man jetzt damit fahren? Nein! Ich will nicht... Tobi, du willst sowas von tot sein. Tobi, du willst sowas von tot. Hä? Wie Alpha Instance gesniped wurde, Alter. Ich hab's sogar noch gesehen, Pan. Ähm, warte mal. Mein Spiel ist abgeschmiert, glaub ich. Nein! Achso, nein! Nicht in dieser... Oh. Seid ihr noch da? Ja, bist du noch da? Oh mein Gott! Hallo? Was war das für ein Sch... Ja, wir sind noch da. Hörst du uns? Ja, meine Maus ist sogar weg. Ja, dann würde ich vielleicht ab hier von wem anders die Folge nehmen, weil... Ganz kurz, Erik. Ja, Tobi. Beweg mal deine Maus, bitte. Ja? Bewegt sich ingame aber noch. Hä? Aber das Spiel ist weg. Dein Charakter bewegt sich noch, wenn du die Maus bewegst. Das Spiel ist weg und ich hab Schwarzbild. Ich versuch mal rein... Ich kann... Doch, warte mal. Ah. Das ist ja strange. Oh oh. Jetzt guckst du nach oben. Ja, warte. Ich hab jetzt grad ins Spiel gewechselt, aber da steht jetzt nur noch Gary's Mod oben links als Fenstername. Ah, schau dir, ich hab's abgeschätzt! Hilfe? Okay, tschüss. Ist das dein Ernst, Pan? Ja, ich glaub, das Spiel ist weg. Ich hab... Also, kann sein. Ich seh auf jeden Fall nix mehr vom Spiel. Okay, wir können mal eben Pause machen, Pan. Warte kurz. Ja... Ich würd die Aufnahme mal ganz kurz abbrechen bei mir, weil da nur Schwarzbild ist. Ja gut, dann machen wir mal eben Cut, Pan, oder? Wer ist ein Traitor? Ja, Pan halt. Achso, okay. Ja gut, dann. Oder wollt ihr die Runde noch schnell zu Ende machen? Oh Gott, Pan bitte. Hör doch mal auf jetzt. Wir müssen uns jetzt ja auch nicht streiten, ne? Ah! Was passiert da? Aber Erik, wo stehst du gerade? Links. Ich hab keine Ahnung. Willst du mich umbringen? Nein, bestimmt nicht. Bewegt mal die Maus. Ich glaub, wer los... Ja, ich kann die bewegen. Jetzt passiert was? Nee. Nee. Nee, passiert nix. Ich kann halt auch nicht ins Spiel zurück taben. Es ist noch offen, aber ich kann nicht zurück rein taben, weil dann kommt hier einfach oben links Fenstername, aber das Spiel kommt nicht mehr zurück. Pan, du kriegst Minusehre, wenn du Erik jetzt töttest. Oh ja, dann bleib ich hier stehen. Der kann nichts machen. Ja, einen Moment. Pan hat schon Minusehre bekommen, weil... Wer los bin ich hier am liebsten. Ja. Aber halt auch wieder No-Scope-One-Hit, ne? Einfach so easy, Pan. Ja, es war doch so klar. Warte, ich suche grad einen Moment. Wo ist es denn? Wo ist die Scheiße denn hier? Pan, du hast die Erlaubnis, mich einfach umzubringen. Ja, warte sofort, ja? Gut, ja, ja, natürlich. Ich gedulde mich. Natürlich. Wir haben ja Zeit, also ich mein... Ah, ja, ja. Wo ist das denn? Ente, alles klar. Ente zu mir jetzt und dann mitnehmen. Alles klar. Hopcorn. Warte. Oh, ich wusste gar nicht, dass wir das haben. Warte, ich hab's sofort. Ich find's aber nicht. Kein Problem, Pan. Volles Entertainment, was du gerade bietest. Ja, ja, ja. Du stehst einfach, das reicht schon. Lass dir Zeit, ich hab eh schwarze Bildschirm für Leute. Wird's immer spannender. Hä? Und? Hat er geklappt? Du musst den Namen noch aktivieren, Pan. Ach, keine Ahnung. Ich wollte eigentlich die Träume jetzt sein. Du bist krank. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ahhhh! Hey, Goldtema! Was kann ich denn noch? Oh, Mapwechsel! Oh scheiße! Oh ja. Ja, ist doch egal, oder? Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen, ne? Ja. Also, theoretisch würde es reichen von der Länge. Ja, tut mir leid. Aber für den Erik ist das natürlich mega kacke. Wir können auch jetzt noch mal eine Runde machen. Die zwei Minuten, das ist ja egal. Die zwei Minuten. Ich kann dem Erik aber auch die zwei Minuten schicken, weil ich war ja Zuschauer ab der Zeit dann nur noch. Oh, das macht der Tobi wirklich gut. Das kann ich nur empfehlen, Erik. Das ist ja geil, Erik. Ich mach dann irgendwo noch so ganz knapp irgendwo so irgendwelche Nacktbilder noch rein, das ist ein Strike-Klicks. Eeren Bratharen einfach. Eeren Bratharen einfach. Eeren Bratharen. Nur für eine Millisekunde so. Putz! Ja, Mann. Ja, dann bis zur nächsten Folge dann, ne? Ja, dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Entschuldigung für Schwarzmild und so. Vielleicht haben wir für Tobi jetzt die Sachen, die Live-Vote. Ja, bestimmt. Deine Creme einfach geworden, ja. Irgendwie kriegen wir's schon hin. Alles klar. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschau, tschau, tschüss. Handherz. Oh, oh Gott, doof, ey. Wir sind wieder zurück. Achso, hi Pan, na? Ach so, ja, hi Pan. Ja, na, du bist auch da. Pan, wie geht's? Entschuldigung, Tobi, tut mir leid. Entschuldigung. Nein, alles gut.